Bei der hessischen Polizei ist offenbar wieder eine Chatgruppe von Polizeibeamten aufgeflogen, in der rechtsextreme Inhalte ausgetauscht worden sein sollen. Die Frankfurter Rundschau berichtet in ihrer Ausgabe morgen über den neuen Fall, der sich im Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt abgespielt haben soll. Demnach ließ sich einer der Beamten beispielsweise in den Diensträumen mit angeklebtem Hitlerbart fotografieren. Die Chats, die der FR vorliegen, stammen aus den Jahren 2019 und 2020. Bei der hessischen Polizei waren in der Vergangenheit mehrmals ähnliche Chatgruppen entdeckt worden.